Hallo, hier ist Elena. Good Yule, genau so heißt es hier nämlich aus dem hohen Norden. Und wo kommt der Weihnachtsmann denn eigentlich her? Irgendwo aus dem Norden ist schon sicher. Die Isländer haben aber sogar sieben Weihnachtsgesellen, die eigentlich ganz schön viel Schabernack mit den Menschen treiben. Eins ist sicher, denn hier in diesem Büchlein findet man ganz, ganz viele schöne Weihnachtsgeschichten aus Skandinavien. Da gibt es unter anderem die klassische Weihnachtsgeschichte von Hans Christian Andersen, aber auch eine Kriminalgeschichte von Henning Mankell. Und sie passt als Weihnachtsgeschenk unter jedem Baum. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder.